Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alice 19 ist vorrangreich, habe ich es in der letzten Folge genannt und zwar, was ist alles passiert? Also in der letzten Folge hatten wir angefangen zu draschen, dann hatte ich eigentlich noch eine Folge aufgenommen, aber die konnte ich dann nicht so finden. Dann wurde mir angezeigt, dass die im Papierkorb war und ich hatte den nach der Aufnahme mal ausgedeckt, weil da so viel Müll drin war, aber dann war die zweimal in der Papierkorb. Obwohl ich sie dann nicht mal reingetan habe, auf jeden Fall ist die Aufnahme weg gewesen. In der Folge hatten wir, habe ich zumindest weiter gedroschen ein wenig. Wir sind dann noch einmal voll geworden, der Annehmer ist fast voll, kann man den demnächst auch wegfahren. So schlechter Ertrag ist hier ja leid. Weil ja, hier ist leider kein schlechter Ertrag. Das war's mal wieder komplett. Auf jeden Fall hatten wir auch darüber geredet, dass Landwirte viel zu wenig Geld für ihre Produkte bekommen, weil ihr müsst mal denken, es ist ganz einfach. Die Maschinen sind teuer, sind sehr sehr teuer. Und dann, wenn ihr zum Beispiel ein Milchfievert aufgibt, weil er kein Geld mehr bekommt, weil er muss die Maschinen abbezahlen, falls es noch nicht seine sind. Er muss Tierarztkosten alles tragen und dann einen Milchpreis von nicht mal 30 Cent bekommen pro Liter. Das bedeutet, er kriegt, sagen wir mal, er hat 100, müsste ich gleich erstmal mit Dingen zugucken. Sagen wir jetzt mal, er hat 100, ne er hat jetzt mal 1000 Liter Milch in der letzten Woche. Äh, geh ernsthaft, würde ich sagen, von den Kühen bekommen. Das bedeutet, 30 Cent mal 1200, 3 mal 12 sind 2400 Euro. Ich glaub nicht, also, ich bin nicht gut in Mathe, ich sag jetzt nur, dass das 2400 Euro sind, ne. Ich könnte es selber nochmal ausrechnen, weil ich weiß es nicht. Sagen wir jetzt mal, 2400 Euro kriegt der. Und dafür hat er sich eine Woche lang, ist er um 5 aufgestanden, ist in den Stall gegangen, hat die Kühe versorgt, gemolken, hat dann vielleicht Frühstück gemacht und dann ging es irgendwann schon wieder weiter. Also, es ist einfach traurig. Auch der Fleischpreis. Ich glaub, der liegt auch bei paar Cent bloß, nicht mal Euro pro Kilo. Deswegen, manche Bauern haben ja schon den Schritt auf Bio gemacht. Aber für manche wäre das dann halt, für kleine Betriebe wäre das manchmal nicht mehr rentabel. Weil die haben nur Zuchte und Milchvieh. Das wäre, dann hätten sie ja keine zweite, dritte, vierte Stütze. Müssten sie ja anfangen mit Hofladen, Käse produzieren und so weiter und so fort. Dafür muss man ja auch wieder die Gebäude, das Geld für die Gebäude haben. Und wieder blöd. Finde ich. Und deswegen, äh, gerade ist der, gerade können wir noch die Agrarpolitik, also können wir noch die Agrarpolitik umstrukturieren. Aber da unsere Politiker im Moment pennen und nur noch Verbote, 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 können sie bald gucken, aus welchem Ausland sie ihre Nahrung beziehen. Weil über ein paar Jahren sind entweder nur Großbetriebe oder kaum noch Betriebe da, die Heimisches produzieren. Das Witzige ist, das wird dann wiederum importiert. Und wir kriegen dann, zum Beispiel, wir importieren zum Beispiel Weizen oder so nach China, kriegen Brot zurück. Also, ne, ich glaub Brot kriegen wir nicht zurück, aber wir kriegen halt zum Beispiel Reis zurück. Ja, aber Reis kann man auch nicht verzichten, weil wir haben ja unsere gute alte deutsche Ketofel, die aus Mexiko kommt. Mexiko, ne, also die kommt auf jeden Fall aus Mexiko oder Peru. Aber sie wird hier auch nicht wenig angeboten, genau. Dann könnte man auch mal überlegen, wär's doch schlau, hm, wir nehmen weniger Reis an, importieren weniger und exportieren weniger. Dann ist das generell für die Landwirtschaft einfach besser. Aber da alle im Moment im Politikum pennen, geht das nicht so gut. So, also, ich mach jetzt hier die Dägersche nochmal voll, tanken wir nochmal ab. Bis der Annehmer voll ist dann formen wir den gemeinsam weg. In der Zeit mach ich jetzt erstmal einen Cut, bis gleich. Moin Leute und, ja, also wir sind jetzt hier fertig mit diesem Acker, seht ihr. Hier ein Teil ist noch eine Strohplage. Und dann habe ich mir gedacht, wär doch eigentlich zu viel Stroh. Also, ich denke jetzt mal, es ist halt noch ziemlich viel Stroh gewesen, deswegen hab ich hier nochmal den Häcksler eingeschaltet. So, Aninger ist voll, Drescher ist noch nicht ganz leer. Das bedeutet, wir fahren jetzt erstmal mit dem Fen zum, äh, Hof, kippen das da ab, stellen den Aninger mitten auf den Hof. Dann fahren wir mit dem Drescher rüber, dann kippen wir da noch ab. Bei Gelegenheit fahren wir den dann halt auf Silo, äh, also ins Silo dann halt. Und, ja, dann holen wir auch direkt schon den Flug raus, nachdem wir abgekippt haben. Weil der Acker hier und der Nachbaracker müssen geflügt werden, erstmal mit dem Nachbaracker. Und da ist nur flach bearbeitet, da gucken die Steine nur so ein bisschen raus. Äh, aber ich möchte noch einmal mit dem Flug und Paka drüber fahren, weil dann kommen die Steine gut raus. Und wir haben noch einen sehr sehr schönen Ertrag dann. Ist besser als wenn wir jetzt die Steine sammeln, aber es sind, äh, aber es sind immer noch ewig viele drin. Und dann hin und her, ja, das erste Mal, dass wir so richtig mit einem Monater fahren. Ja, ja, das erste Mal müsste es jetzt eigentlich sein. So, da hinten steht ja auch noch der Hoflauter. Wie findet ihr eigentlich den neuen Fend One, sagen wir, also, also generell Fend mit Fend One? Ähm, ich finde das eigentlich sehr interessant, weil es ist komplett neu umgestaltet. Das ist wie praktisch der Umbruch bei Fendt von, ähm, 39, sagen wir jetzt mal, auf, äh, den neunten Nachbunatter ist es eher. So groß ist ja der Umbruch. Es ist ja wieder komplett anders. Klar, die Kabine sieht gleich aus. Allerdings, äh, der Innenraum ist komplett anders. Der Sitz kann vielleicht noch, ja gut, das Lenkrad. Aber sonst vorne alles, das neue Display gefällt mir gut. Und hinten, also generell dann halt noch, Dingens. Hier noch ein Bildschirm. Hier vorne, da kann man ja was drauf switchen. Hier der Bildschirm, da der Bildschirm. Irgendeiner meinte man, dass man da noch einen runterfahren kann. Was ich jetzt nicht zustimmen kann, weil ich saß schon mal, das war dieses Jahr, äh, uns auf der Miete der Waldschlepper, so. Genau, der gleiche in 1924. Und da saß ich noch mal drauf. Und, ja, wenn ich's schaffe, kann ich euch eigentlich ein Bild einblenden. Wie es im Dünlauf aussieht. Klar, also, naja, die meisten haben's wahrscheinlich schon gesehen, aber er sieht halt fast genauso aus. Kann man halt irgendwie auch schon sagen. Ah, nicht. Auf jeden Fall finde ich endlich mal gut, ähm, dass man jetzt so eine, endlich mal einen ordentlichen Flut mit bei hat. Scheiße, wir müssen die Mulcher noch vorher rausholen. Ähm, ja gut. Obwohl, eigentlich müsste es auch ohne Mulcher rausholen gehen. Weil dann fahren wir, ähm, dran, heben den an, klappen direkt zusammen, fangen raus. Also, Sophie ist eigentlich noch gar nicht in dieser Halle drin, obwohl es doch ist es schon viel. So, jetzt hier so direkt reinklappen. Oh, bin. Perfekt. Aber, vor allem generell die Flüge. Ein Fluch aus dem 19er gibt's noch, das ist ja der 5-Schar. Dann aus dem Alpine-Pack gibt's ja den 3-Schar. Also aus dem 19er Alpine-Pack. Und was gibt's noch noch? Den großen Quernland. Den Lemkin gab's auch schon im 19er. Ah, den hier finden wir jetzt auch so schön. Endlich mal einen, der größer ist als 2,5 Meter. Und für, äh, kleine, sinnvolle Betriebe wollte ich gerade sagen. Für kleine Betriebe recht gut ist. Dreht der Packer sich jetzt eigentlich mit? Ja. Na, warum soll der sich nicht mitbrennen? Bin ich der Einzige, der sich immer gedacht hat, wie nimmt man den Packer eigentlich wieder mit nach Hause zu holen? Weil, im Prinzip, äh, kann man den ja ausklingen eigentlich. Kann man den ja ausklingen, ne, den kann man ja nicht ausklingen. Weil er, glaub ich, ab Werk dran ist. Aber, ich glaube, im Duelive gibt's ja auch welche zum Ausklingen und... Boah. Wie nimmt man die dann eigentlich mal zurück zum Hof? Ich bin, glaub ich, der Meinung, man nimmt die wieder mit zum Hof, indem man die mit einem Frontlader und einem Anhänger holt. Ah, das ist ja eigentlich auch voll unbestindlich, ne? Imagine man muss mit einem Frontlader und einem Anhänger kommen, damit man den Packer vom Feld holt. Oh, la Krise. Oh, und ich guck mal, die Steine sind ja dann wieder, wieder rausgeholt dann praktisch. Und, die Animation ist gleich da, einfach ganz normal gekobert, da dann wird verfestigt, praktisch. Im Prinzip, praktisch. Wie oft will ich das eigentlich sagen? Ich, ja. Ich, ja. Ach so, und zwar der Grund, warum gestern keine Folge kam. Ich hab ja gesagt, ich werde mir vornehmen, so viele Folgen, wie es geht, aufzunehmen. Aber der Grund war, ich war, hab ein bisschen morgens in meinem Zimmer gechippt, beziehungsweise war ich auf dem Betrieb, dann sind wir zum Friseur gefahren, dann dachte ich, kein Abschluss aufnehmen. Weil ich war mit meinem Kumpel, mit Jonas, war ich noch auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das wurde dann da ein bisschen, naja, es war nicht schlecht, aber es war halt auch nicht. Es ist halt so ein Weihnachtsmarkt, da wird jedes Jahr von einer Familie gemacht, wo ich dann, by the way, bin mit der einen. Also, wir sind da immer hingefahren, weil, irgendwie, die waren auch in unserem Kindergarten, da wurde dann immer so ein Event gemacht, dass man da hinfährt, sich die Mühle macht, und so weiter. Oh, mit den Druck auf mich. Und, an sich schön, aber Burger für 5 Euro, eine Bratwurst in Brötchen 2,50. Klar, es ist die neue Realität, aber trotzdem frage ich mich, bei solchen Sachen auch nötig oder unnötig. Weil, dann könnte ich, kleine Pizza, auch mal auf meinen, äh, Burger verzichten, sogar. Aber ich verzichte nicht gerne auf Essen, was geil schmeckt. Und was viel Kalorien hat. Ja, ich bin nicht der Dünnste. Aber der Dünnste, hahaha. Also, den Anfang fliegende, ähm, mach ich keinen Spaß. Vorhin nicht mehr packen, aber ich muss ja gucken, wie mach ich das jetzt am Dünnsten. Naja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich war gut ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Äh, würde ich auch sagen, bis zur nächsten Folge. Und, ciao. 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 Ciao.